guten tag hier ist der gusua und der versprochene walkyren fight wird jetzt gezeigt ich hoffe er wird richtig geil wir haben 13 obwohl eigentlich ist das ein bisschen sehr viel ich hau mal noch ein paar mauerbrecher raus 10 müssen auf jeden fall reichen 2 eine walküre sind wartet kleinen moment dann muss ich so dass die auch wirklich reinpassen weil ich habe eine zu viel egal egal so jetzt haben wir aber immerhin 15 so dann ist das schoko mäßig habe spaß damit genau richtig dann ist das sehr schoko mäßig und läuft hoffentlich gucken wir mal ich skipp euch raus bis wir einen richtig guten fight sehen ich würde sagen den hier nehmen wir und zwar probieren wir das einfach mal hier mit der clan book als erstes und dann gleich mal hier alle mauerbrecher rein dann könnten wir uns eventuell einen jump sparen aber hier haben wir gleich noch einen jump rein und jetzt die rennen außenrum die schweine und jetzt haue ich hier aber schön die heiler rauf und auch ein rage drauf alter wie die eskalieren das geht gar nicht jungs ja ja voll die helden vergessen war ja klar alter wie krass sie rum rennt alter es geht so ab ja man sollte natürlich auch noch mal langsam hier seine die truppen des gegners halt logischerweise auch mal kaputt machen aber wie schnell die walküren wirklich im rage sind geht gar nicht so das ist kaputt jetzt gucken wir mal dass die heiler eventuell sogar noch so ein bisschen auf die queen gehen dass wir noch ein bisschen loot im äußeren bereich kriegen können aber ich meine wenn die natürlich jetzt sie eventuell sogar noch komplett an den x-bogen wagen wäre jetzt auch nicht so verkehrt okay das war's jetzt geht es alles auf die queen das ist natürlich auch nicht verkehrt schnell zack sollte passen aber die geschwindigkeit der walküren also wenn ihr wirklich einen gegner habt der eine komplett offene base hat der hat sowas von verloren leute der hat sowas von verloren 61 prozent naja lud war okay hätte definitiv besser gehen können aber wie gesagt so oft habe ich ja mit walküren jetzt noch nicht angegriffen ich hoffe das hat euch gefallen also wirklich rage plus walküre mega geiles ding ja wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da das war's von mir ich wünsche euch was